Herzlich Willkommen zu einem weiteren VGF Oldsaxe Lotto 2 und wir suchen noch einen Auftrag aus und zwar ein bisschen mehr Geld gibt es wer der das heißt ich habe einen überhang und zwar einen recht großen überhang es wird dann lustig wenn ich einparkieren muss ja und der kann natürlich dort durch die stadt ist natürlich extrem schwierig zu fahren jede kleine kleine enge kurve wird schwierig das muss ich hier bleiben genau so Die erste Hütte ist schon mal geschafft. Und die zweite Kondition gleich noch. Die zweite kommt jetzt gleich noch. Guck mal, du wirst nicht fahren, dann fahr ich halt. Und fahr ich halt. Jetzt geht's Richtung Autobahn. Guck mal. 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 Ja komm schon. Sind es 14 Tonnen nur? Jede Fesse aber. Jetzt hat schon ein bisschen Gewicht weg. Das Gewicht da auf. Das ist ein bisschen Gewicht. Das ist ein bisschen Gewicht. Das ist ein bisschen Gewicht. jetzt muss ich ein bisschen in der mitte fahren sonst kommt es nicht gut ich bin schon durch den bahn gefahren keine regel mehr schön recht grossen überhang muss man sagen es ist natürlich auch schön mal so zu fahren als autobahn geht es noch danach wird es dann ein bisschen schwieriger in der stadt wieder in der stadt bremen ich bin hier lang gefahren schon nach kassel glaube ich genau nach kassel fählen wir glaube ich auch die stöcke bis zu einem gewissen punkt und nach kassel das fahrzeug ist für mich das dachte ich schon bremen ich komme ich muss schauen wo bin ich da angefangen ach so in bremen war ich und ich muss nach hamburg ach so ach so ja jetzt wird mir alles wieder klar ich bin deshalb bin ich die stöcke schon gefahren zum teil ja ja wenn das video rauskommt dürften die tests schon lange vorbei sein von der formel 1 und sogar eventuell das erste sensor rennen vielleicht stattgefunden haben mit aussagen aber die veranstalter sind sich ja noch nicht sicher wegen dem coronavirus das erste rennen doch nicht melbourne ist und auch nicht bahrain hier ist ja eh schon weg hier ist ja eh schon weg oder vietnam auch vielleicht sogar weg sogar das zandvo das erste rennen sein könnte man munkelt ja vielleicht damit ja ich hoffe es ja nicht ich hoffe ja melbourne bleibt das erste rennen und die tragen das aus die den schönen Sonnenuntergang entgegenfahren dann sind wir auf dieser Spur ich muss ja nicht nach Bremen ich muss in die Hansestadt Hamburg nane nane ok und noch eine große Kreuzung und dann bin ich in der guten Hansestadt ich komme dem Ziel immer näher und näher ich muss ja nicht nach Bremen so jetzt noch die letzte Ausfahrt und dann bin ich da in Hamburg so jetzt möchte ich aber schauen wo in Hamburg perfekt dann kommt der LKW Händler und dann kommt der LKW Händler und dann kommt der LKW Händler und dann findet der LKW Händler und dann kommt der LKW Händler und dann nochmal nach Bremen und dann kommt der LKW Händler und dann kommt der LKW Händler mit dem LKW Händler und dann kommt er mir noch nicht nach Oof. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, perfekt, hat alles gepasst. In die Vekohändler. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will einfach das nehmen. Och, Menno. Passt. Das spiegelt und wackelt nichts. Damit war's, dass du viel folgen. Lass auf jeden Fall like da und dann wirst du am nächsten Mal halt ein, Leute.